Der Shot war auch hart Oh mein Gott, oh mein Gott, wirklich Warte, 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 warte Bruder egal wer jetzt hier ist, wir müssen jetzt kämpfen Boah Bruder, was hab ich hier gekochen Ey Waller, wenn sie nicht schießen, ich bin der größte Peach Waller, sie schießen Ich bin auch kein H***, so dass ich mich hier verarschen lasse um 10 Uhr morgens, Bruder Nein, warte Flash Warte, ich brauch nur Flash F*** ihn Er ist weg, er ist weg Merz 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 Merz, das hast du nicht gemacht Was soll ich machen, ich bin unter Stress Ich hab ihn doch abgelenkt, wir sind doch ein Deal Ich hab ihn abgelenkt, ich bin der Versuchskaninchen Ey Jungs, Jungs, Jungs Ich hab ihn doch nicht Hey, ich hab ihn doch nicht Ich hab ihn doch nicht We gonna 5 Euro lang. 10-80 Euro lang. GT 10-80 Euro lang. Amini s*** deyim. Annen amini s*** deyim. Senin grafikatını s*** deyim. Oros bu çocuğu. Saifa, Hermano. Möge dich. Crossfire, Crossfire. Hermano, Crossfire. S***. 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 Allah, but I need heal you don't come with me. Diggah, please you s*** son. Ben I here a thing? Or is I a mother you s***? Was I will heal his mother s***? Or what a bitch, digga. What a s*** son, yeah? That's the soul is sick, digga. 6 guys shooting me, 5 guys shooting me. Wo bist du? 5 Leute, 5 Leute, 5 Leute, wo bist du? Warum push? Warum push? Warum push? Ich die für das Team! Ich die für das Team, mein Freund! Ich die für das Team, wo bist du? Was bist du? Deixalo! 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 Mach emote only rein! Ich bin gerade nichts getriggered, bruder! Um 10 Uhr morgens, wollt ihr mir erzählen wie spielen die Dings? Ist das hier Counter Strike Tournee oder was? Wo ist 100.000 Euro geht oder was du schwanz, digga? Valla, bruder, ja! Geh mir nicht auf den Sack, digga! Provocier mich nicht, valla, mir geht's nicht gut, ich hab Herzprobleme! Bei Gott, bruder, ja! Will der mir sagen, dass das kein Cheap ist, digga, ja! Was ein Pitch, bruder, ja! Valla, ich kann das nicht mehr, bei Gott, digga! Uah! 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 gott so ein maler urlauber hat mich gemessert hat mich gefasst hat wer das clip okay warum habe ich meinen Schmuck, was war dein Plan? wo war dein altes Breach? dein altes Troll, dein altes Troll und Sage, ich f*** deine alte Mutter ich f*** deine Mutter oh sorry, du bist kein Troll, du bist ein Bot du bist ein NPC du bist ein NPC du bist ein NPC Skye, ich spreche nicht zu dir, nicht zu ihm den Kuck nicht zu ihm den Kuck warum bist du den Kuck, ich verstehe nicht ich spreche mit Killjoy warum bist du für Killjoy ist er dein Vater? hat er deine Mutter verletzt? ich verstehe nicht wenn ich dein Vater spreche, dann bin ich entschuldig ich entschuldige, wenn ich dein Vater spreche ey resum ouch pflj ok, wenn es war ja ich bin nicht normal ok wenn ich ich will bin ich normal Ich bin nicht normal. Ihr versteht das. Die kommen B, die werden ge**t. Die kommen A, die werden ge**t. What make you, if you will f**k it in two areas? You go to the third area, where you don't would be f**ked. And the third area was mid. But there is Phoenix, my friend. And Phoenix is smart gameplay. He is smart gameplay, bro. Jetzt sind die A, die machen jetzt was Neues. Aber, ich bin da. What the f**k Sage? 5.13, what the f**k is this? Go play Team Deathmatch. Callate ya, hijo de p**a. Hijo de p**a Guadalajara, j*****. What the f**k? Yeah, you sucking my j*****? You won't suck my j*****? Yeah, that's a dick. I put my j***** in your mouth. Why you don't smoke bee from Benin? What the f**k zone are you? What the f**king big f**k zone are you? I say you from start beginning the round. Smoke bee, why you don't smoke bee? You peach. Why you take omen if you don't smoke, you peach? You are the biggest f**k zone I ever seen. Why you take omen if you don't smoke? You f**k zone. Can you, if we go in, can you throw your flash or j*****? I don't know how to call it. Don't just flash. No, no, j*****. We call it j***** now. J*****. We love the j*****. They just say we love the j*****. J***** is good. J***** is good. J***** is good. J***** is good. Halt deine f*****, bitte, ja? Was soll ich hier noch jemanden hier motivieren, Bruder, bitte, ja? Wallah, Jungs, der Zug ist abgefallen. Ich schwöre bei Gott. Lass es sein. Lass es sein. Hört auf, euch selber zu verarschen. Wallah, Billah, wir sind keine Platin-Spieler. Was denken wir, wer wir sind? Ich schwöre bei Gott. Was denken wir, wer wir sind? Wir schwitzen in Silber. Jeden Tag ist es eine Smurf. Jeden Tag ist es, nein, der Operator, den wir spielen. Nein, es ist die Lobby. Wir sind keine Platin-Spieler. Was seid ihr für schlechte Menschen, dass ihr denkt, dass wir Platin schaffen? Wallah, Billah, und wenn wir Platin schaffen, dann schaffen wir es nicht, weil wir es schaffen, sondern weil wir da hochgetragen werden. Wir sind kein Platin. Fertig aus. Ich sag es nur ungern. Und es hat nichts mit Aufgeben zu tun. Es hat nichts mit Aufgeben zu tun. Es ist ein verfickter, falscher Ehrgeiz. Wallah, man muss auch mal Menschen einmal kurz auf den Boden der Tatsachen bringen, Bruder. Ich geh wie ne F***, wie ne F*** werde ich mit der Judged Platin gehen, Digga. Wie ne F***, wie ne F***, Digga. Digga, da steht kein König hier, ich schwöre, du bist mein König. Äh, Viper, what I have to do, that you come fast A, what I have to do, tell me. I say fast A, full A, you don't come, you f*** idiot. Und genau jetzt wird er rein, trollen. Äh, Viper, was ist das? Äh, du, listen to the Stumpfucker, you play good. Weinbar. Ja, die f*** genau bei dir, Bro. Don't, 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 hör auf, 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 auf. He's Stump, he's Stump. Aber überhaupt, überhaupt ein guter Kopf, böser Kopf, ey, fix deine Mutter auch. Wenn ich jetzt Niederlage kriege dafür, die kleinen B***, bann jeden, bann jeden, der alt der vier gesagt hat, bann jeden, bitte. Bann jeden, ist mir scheißegal, wer das ist. Und wenn das ein der teuerste Supporter ist. Ich spiel Breed, ich spiel Breed. Egal. Die labern immer nur scheiße. Ich schwöre dir, mit eurem ver***ten Stadtkotz, ich hab sowieso ne kurzes Zunsch nur, aber wenn ihr keine Ahnung habt, dann haltet eure B***, bann die alle weg. Wallabilla, bann die, und wenn er drei Jahre Sub ist bei mir, er soll ge***t werden, dieser B***. Weil, Bruder, solche Zuschauer brauche ich nicht, wallah, ihr denkt, ihr spielt zum Spaß, wenn wir nachkommen, ja. Wie oft soll ich sagen, ich hab hier keinen Spaß bei diesem Spiel, digga. Wallab, digga, ja. Er sagt, alter, 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 dieser B***. Nimm, nimm Vandal, wir finden jetzt, wo ist die Bombe, wo ist die Bombe? Er hat, er hat, er hat, er hat. Kölcoy, Spike, versene. Nein, nein. Okay. Rede mit ihnen, auf net, auf türkisch. Kölcoy. Sag denen, ich kenne Ada Güler, sag denen, also, ich kann den Trikot sein. Kölcoy, Spike, versene. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was soll ich jetzt noch machen mit ihm? Was soll ich jetzt noch machen? Mach das doch, mach das doch danach, Bruder. Komm, Bruder, wir gehen einfach alleine. Sch***, ich, deine Mutter. Bis heute braucht es die nicht. Merd, beleidige dich. Was juckt dich, ob ich beleidige, du P***, ja. Wallah, wenn dich das stört, geh, verpiss dich, du B***, ja. Das Geist ist krank, alter. Wem das stört, der soll sich sch***en gehen. Wem das stört, dass ich beleidige? Okay, mir ver******, Digga. Komm nicht in meinen Stream und sag mir nicht, dass ich dich nicht beleidigen soll, Digga. Wir haben hier einmal A und B, das ist eine berühmte Verteidigermap. Aber kann man auch als Angreifer-Map sehen, wenn man als Team agiert, kann man immer auf einen Flank gehen, weil das Defender-Team ist meistens immer aufgeteilt auf zwei Seiten. Das heißt, wenn du als Menge über eine Seite kommst, bist du klar überdominant wie jetzt in diesem Falle. Die kommen jetzt über A, wir sind drei auf B. Okay, wenn du jetzt hier mit fünfmal auf A bist, kannst du natürlich die Bombe planten. Allerdings, ja, man sieht das hier auch. Allerdings ist die Frage, kannst du die Bombe halten? Aktuell ist die Bombe runtergefallen. Ich weiß nicht, was dieser Hurensohn noch hinmacht, dass er so lange braucht, um rüber zu teleportieren. Aber besser ist das auch eine Angreifer-Map.